Musik Da hätten Sie die Strasse geküttet sehen. Musik Akku ist ja wechselnd. Den haben wir ja nicht. Ja, da hat er nicht geprüft. Da kommen wir frei mit. Ja, klar. Mutti, ruft mal an. Zurück müssen wir anfangen. Musik Musik Ach, die sind jetzt wechselnd. Musik Ach, die sind wechselnd. Musik Ach, die sind wechselnd. Musik Leute. Leute, nicht den ganzen Tag. Unsere Zeit haben wir nicht. Oh, Gott! Oh! Puh! Oh! 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 Ich kann den Fisch einfach vergessen, ich bin ein Idiot. Ach ja. Oh, ja toll. Akku bleibt. Scheiße hier. Das hat jetzt bestimmt nicht... Oh genau, also nicht abgesteckt. Oh doch, sie darf es noch. Du fühlst sie gar nicht. Alter, sind abgebracht hier. Ich krieg abgesteckt hier. Was tut mir das denn nicht? B. Links ist meistens eine Frontdusche. Hallo. 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 Ja. Doch nicht mehr, Frau Duscher. Warte mal, Frau Duscher. Also, die Dünnwüse gibt, habe ich ja gesagt. Ja, guck mal. Hm. Keine Ahnung, ich kann mir genau leben. Das ist die unkleide Kabine, oder? Alter Spieljahr. Würde ich auch mal laufen. Das sieht schon irgendeiner Frau entloh aus. Boah, warte mal, bitte. Hier tropft die ganze Zeit irgendwo irgendwo mal runter. Oh. Du hast schon irgendwas in den Nacken bekommen. Das weiß ich nicht. Alter, ich hab das richtig schon hier gekriegt. Was soll ich jetzt der Vorderung machen, was? Nein, das ist klar. Ich geh nicht mehr raus. Nein, du musst mich wachen. Wir sind mitten an so einer Straße hier. Ja. Da hätten es die Straße, könnt ihr das sehen. Oh. Krass, das ist scheiße. Oh. Ich bin schon wirklich bei dir hier. Nein, ich bin auch hier. Nein, ich bin auch hier. Nein, ich bin auch hier. Da tropft die Leute runter. Ist das denn voll cool gewesen? Geht das ja wieder weiter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es wieder mal davor. Jetzt wisst ihr das ja, aber ich weiß es nicht. Ich hab mir gedacht, ob das mal gewesen sein soll. Was sind denn die Leute? Auf Wiedersehen? En. Na. 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 Das. Da. Na. Na. Oh, hier ist es dunkel, dunkel, leer. Wo ist die Tasche verboten, oder? Ja, das ist ein Bett. Wow! Oh, das geht ja noch richtig weit. Ich drehe euch mal um. Immer umgedreht. Da, oder? Da, dann. Ich gehe jetzt mal einfach über die Schraub. Ich bleib mal, wenn ich das hier noch vorles habe. Die will ich nicht, ob du möchtest, wenn ich das eigentlich noch nicht frein. Nee, das muss das sein. Alter, hier tropft er dann hier in der Eierkasten. Na, so, jo, was kannst du da noch machen? Das geht da hinten ohne euch, wie weit. Ihhh, er riecht ein Puppenar. Er riecht da. Ja, ich will die Raum bitte die Oberhalte Raum bitte die Oberhalte Raum bitte die Oberhalte, danke Ja Wo war die Oberhalte? Das war die Schöne Das ist creepy hier Wow Alter, hinten geht's ja noch weiter Ja, das ist auch hier Oh, hier ist eine Treppe Pst Pst Alter Wo ist denn ein Handwerkstügel? Oh, the fuck Oh Oh Vorsicht, keine Kopfhörer Ist doch krank, Mann Oh Das liegt nicht mehr weg Er wartet das wieder so ein bisschen zu creepy Kann man da hinten noch weiterhaken oder kommt da hinten rum? So Akku ist ja wechselt, da haben wir ja Licht Nein So, einigermaßen nicht Und zu mir sagt er, die Akku sind neu Ja Ja, da suchen wir eine alte Alarmke noch die halt da noch runter Und wieder vorsichtig, keine Kopfhörer Ja Ich würde da erst so krank gehen Boah Ah, ok Was ist das? Irgendwie weit Die teilen der vor Ach, du scheiße Ach Weil hier unten ist so Andere Trimmung Ach Hier oben Alleine sind schon die Karschleppen Ja Und hier wieder So So Ey, was ist denn diese denn? Ähm Stalachnid Ok krass Die Falken da oben Da ist der Stalachnid 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 Ja 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 Und nun bildet sich das auch Komm mal Zeit Boah, guck mal hier Wir kommen hier Alter Schwede Stau, dass du diese Karschleppen geklaut haben Das ist ja auch Oh Deine große Schleppenfälle auch noch Geil Boah, die Bunkertüren Boah Ist denn bitte Ey, die Kühlanlage oder was? Ein locker Würde ich sagen Alter Falter Das ist schon eine Art Kühlung Aber hier haben sie die Karschleppen geklaut Stau Ein Stau Aber nun werden sie nicht vergleichen Falsch Hier alles rausgeklaut Guck mal, da brauchst du noch Wo hast du halt liegen? Oh Wie ist die? Oh, verdammt Oh Dieses Gebäude über uns Ja, klar Boah, ich weiß nicht Ich kann doch mal halten Ich will gar nicht haben Oh, 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 was ist Ihhh Äh, äh Was ist das denn? Ah, Entschuldigung, wir kommen gerade Komm bitte zurück, was? Also, wer Wer darin hier kriegt 50 Euro von mir Ja Alter Alter Wieso, wenn sie da nie ist, dann hast du so viele Krankheiten, aber egal Dass Corona den Scheiß nicht ging Ja Aber voll Was soll der schon so kühle Rippen? Ah Da drüben hoch Aber wie soll man da rüberkommen? Das geht von der anderen Seite, oder? Nee, noch nicht Nee, kann nicht rein Ja Genau Da kommst du rüber Du musst dich noch rüberkraten Das Mal Das ist noch großartig Da ist noch großartig Man Was ist denn da hinten? Ja, das steht auf dem Brunner, das ist ja. Okay, die Tür tun wir hier zu. So. Boah. Das ist noch weg. So, das ist mal Togo schnell, wie geht es dir mal? Ja. So, ich muss jetzt auch rein, weil Akkus werden. Raus hier mal ab, die Tübel ist. Alter. Wir kommen in der Freiheit. Was? Wir kommen in der Freiheit. Wir gehen wieder zurück. Nein. Wir wollen jetzt umgehen. Nein. Ganz ehrlich. Der Feuerlöscherleiter drunter liegt. Der kann nicht schwimmen, wenn der voll ist. Ich will dir wissen, was die gemacht haben. Hau, 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 das finde ich so gut. Ruf mich denn jetzt an. Ja, na klar. Mutti ruft mal an. Hallo, Mama. Alter, ist der fies aus. Ich bin im Lost Place. Was ist denn? Okay, bis später. Hab dich lieb. Tschüss. Mitten auf dem Lost Place. Hier wird er ja nicht. Der tut geil aus, oder? Der ist geil. Oh, blende hier. Wie ist das? Wie ist das? Hier, hier, hier. aha ah wie iso der wird hier umschalt sein der sauber also Papa mal duschen da bleibt man was sind die jetzt hier komm mal sauber komm mal ah man läuft nichts krass guck mal, er hat wie ein Herz gemacht ja, danke, cool nicht mehr Nicht mehr, ne? Bisschen drüben, ey. Bisschen drüben, ne? Guck mal rein, das kriegt ein bisschen Angst wahr. Da hielt sie eine Führung rechts um der Ecke. Bisschen drüben. Guck mal rein. 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 Okay, wir versuchen es mal. Ist übrigens jetzt der dritte Versuch? Ja, ich habe es versucht. Wir sind in der Schwimmhalle. Ja, aber total klein. Aber ist egal. Wir sind zwei Schwimmbecken. Ich habe hier versucht so Bauchkraulen zu machen. Hat nicht ganz funktioniert. Hat aber nicht ganz funktioniert. So. Wir dürfen hier in diesem Ort sprechen. Das war's jetzt. Viel Spaß beim nächsten Video. Egal. Abonniert einfach und drückt die Glocke oder irgendwas. Genau. Und lasst einen Daumen um. Genau. Wir sehen uns. Viel Spaß. Tschüss.